Musik 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 Herzlich möchte kommen der individuelle Klang und die schwingende Harmonie in jedem von uns. Eine neue Technik bestehend aus Musik und natürlich energetischen Heilverfahren auf der harmonisch gestimmten Klangliege. Lernen auch Sie diese neue Heilmethode. Basiert auf dem Wissen von Pythagoras, Hippokrates, Einstein, Masaru Emoto, Virchow, TCM, Ayurveda. Die Therapie besteht aus zwei Phasen. 1. Individuelle Diagnosestellung, ähnlich wie eine Radographie oder Ultraschall, ohne Nebenwirkungen. 2. Die Therapie umfasst den gesamten Menschen, Körper, Seele, Geist, Emotionen. 2. Die Ausbildung in Musikotherapie von LARPA umfasst 60 Stunden für Professionisten in drei Level. 1. Wenn es nicht mehr ansieht, was apprentices central 곡en hat! 1. Die Ausbildung in Musik